In den nächsten zwei Minuten kann sich für dich eine neue Tür öffnen für ein Leben voller neuer Möglichkeiten. Ich bin Markus von Markus Language Academy und ich habe ein kostenloses Webinar kreiert, in dem ich dir zeige, wie du in Rekordzeit Spanisch sprechen kannst. Bestimmt schon so oft gehört, aber ich werde dir beweisen, warum jetzt endlich Schluss ist mit deiner Frustration fürs Lernen. Egal, wie alt du bist, ob du Talent hast oder komplett neu startest. Wenn du diese Tür aufstößt, um Spanisch in Rekordzeit zu lernen, dann wirst du neue Jobangebote finden, neue Länder bereisen und dich mehr und mehr in dieser sozialen, globalen Welt integrieren können. Bist du jetzt neugierig geworden? Dann eine kleine Geschichte zu dieser Tür. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich zu Hause eine alte, kaputte Tür, die sich einfach nicht mehr öffnen ließ. Und ich selbst hatte keine Ahnung, die Tür zu reparieren. Und ich habe viel Geld und viel Zeit verloren, um qualifizierte Kräfte zu finden, die mir die Tür wieder reparieren können. Aber die Tür blieb einfach zu. Eines Tages kamen meine Eltern zu Besuch und meinem Papa ist sofort diese Tür aufgefallen. Ich musste kurz in den Supermarkt gehen, um etwas für den Abend einzukaufen. Und ich ließ meine Eltern einen Moment lang allein. Und als ich zurück war, ein Wunder, die Tür war auf. Mein Papa hat die Tür in Rekordzeit repariert. Und warum hat das mein Papa geschafft, was alle anderen nicht geschafft haben? Ganz einfach. Für meinen Papa gab es in diesem Moment nichts Wichtigeres, als mir zu helfen. Und darum hat er all seine Energie in dieses Projekt gesteckt. Mein Papa ist ein Hobbyhandwerker und er kann mit Werkzeug umgehen. Aber der Schlüssel zum Erfolg war seine Leidenschaft fürs Projekt. Du fragst dich sicher jetzt, was erzählt mir Markus hier eigentlich? Ganz einfach. Diese Tür ist dein Spanisch. Und heute ist endlich deine Suche nach der Lösung vorbei. Denn meine Motivation, dir Spanisch sprechen zu helfen, ist mindestens so groß wie die Motivation, um von meinem Papa mir zu helfen. Und neben meiner einzigartigen Leidenschaft, Leuten zu helfen, habe ich auch das perfekte Werkzeug für dich, um wirklich erfolgreich zu sein. Und diese Kombination aus meiner Motivation und meiner innovativen Methode kennen 99% aller Lehrer leider nicht. So wie all die professionellen Handwerker, die meine Tür auch nicht reparieren konnten. Und wenn du mit mir zusammen diese Tür in Rekordzeit aufstoßen möchtest, dann bist du jetzt nur einen Klick davon entfernt. Melde dich einfach mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse an und schaue sofort mein kostenloses Webinar. Wie du in Rekordzeit diese Tür weit, weit aufstoßen kannst. Mein Webinar wird dich nicht nur zum Staunen bringen, sondern auch wenn du dich jetzt anmeldest, bekommst du als kleines oder besser gesagt großes Geschenk meinerseits meinen Grammatikkurs komplett kostenlos. Also melde dich jetzt an und wir stoßen zusammen diese Türen Rekordzeit auf. Wir sehen uns in meinem Webinar. Hier ist etwasrebentes. Vil riesig! wenn du mit einem knapp uma staircase oder zusammenbricht, dannziehenbral ticks. Also wenn du mit einem bringe